Riccardo, du siehst hervorragend aus und ich finde das angemessen, dass du im Feiermonat, im feierlichen Monat in Glitter kommst. Dankeschön. Wobei Glitter ist ja ein großer Teil eigentlich deiner Garderobe. Wie viel Prozent deiner Garderobe haben Glitter? Boah, ich würde sagen so 70 Prozent. 70 Prozent der Sachen, die ich habe, sind am Glitzern. Aber das, was du jetzt anhast, kannst du mir gerne zurückgeben nach der Show. Ja, das ist auch transparent. Ja, das ist eigentlich, da steht eigentlich ganz groß Anke drauf. Das ist ein blaues, transparentes Langarmhemd mit ganz vielen Pailletten drauf, aber super geschmackvoll. Das würde ich auch tragen. Wir haben uns nicht abgesprochen und ich habe auch so ein bisschen was Funkelndes an. Das finde ich passt gut zusammen. Oder? Ist ja auch schon so ein bisschen festlich. Absolut. Jetzt ist die Zeit des festlichen Gefühls und deswegen kommen wir noch näher zusammen und deswegen machen wir die Arme noch weiter auf. Das geht zusammen nicht gleichzeitig. Doch, man kann nah zusammenkommen und die Arme aufmachen. Ja, kann man. Und weil wir gerade schon in der festlichen Saison stecken, wird es doch Zeit für unser erstes kleines Weihnachtspräsent, oder? Präsent, präsent, präsent. Hast du gemerkt, wie meine Stimme direkt rauchig geworden ist? Ja, und weh, ja und weh. Weihnachtspräsent. Aber was meinst du mit Geschenken? Ich habe kein Geschenk mitgebracht. Nee, wir haben ein Geschenk mitgebracht für unsere ZuhörerInnen, denn wir sind heute nicht nur zu zweit, wir machen heute einen flotten Dreier. Das ist typisch, dass du das nicht unironisch sagen kannst. Warum? Soll ich es todernst durchziehen? Naja, es gibt doch Menschen, die ja genau in der Konstellation, ich weiß nicht viel über die Sexualität unseres Gastes, aber das ist ein heterosexueller Mann, oder? Wir können ja direkt mal fragen, ob er schon mal einen flotten Dreier hatte. Das ist doch eine gute Einstiegsfrage, da fühlt man sich wohl. Hier ist man zu Hause. Du kannst es nicht sagen ohne Flott? Was? Du kannst es nicht sagen Dreier? Stimmt. Du ironisierst es mit Flott, weil du damit sagen willst, das ist so spießig und so heterosexuell, schnarchig. Nee, tatsächlich dachte ich, das ist die Art und Weise, wie man das beschreibt. Ein flotter Dreier? Ich glaube, Flott ist verboten seit 1972 oder so. Da sind jetzt Menschen im Gefängnis. Boah, wenn du mich dafür outcallst, die Person, die die Worte frech und keck etabliert hat, dann ist das Wort wirklich oll. Stimmt, man hat ein, ja, natürlich. Ist das ein, warte, vielleicht ist es ein feststehender, du hast schon recht, ein flotter Dreier ist ein feststehender Begriff, aber ich glaube aus heiße Teens in engen Jeans aus den Zeiten. Wir schreiben noch das Jahr 2023, es neigt sich dem Ende zu, man sollte vielleicht in der Lage sein, das Flott wegzulassen. Also wenn wir über Dreier sprechen, dann bitte ohne Flott. Ich bin vielleicht sogar schon draußen bei Dreier, weil das nicht sexuell klingt. Es ist so wahnsinnig. Threesome. Das finde ich ganz toll. Threesome klingt super. Dann fragen wir ihn doch, ob er schon mal ein Threesome hatte. Wir fragen. Hallo Kurt Krömer. F-R-E-E-H-U-G-S Hast du unseren Song schon? Der ist ganz schön. Ich habe doch keinen Kopfhörer. Ah, okay. F-R-E-E-E-H-U-G-S Du hast Anke's Intro schon verpasst. Wir kennen den Trainer doch schon. F-R-E-E-H-U-G-S F-R-E-E-H-U-G-S Free Hugs Eine Umarmung für die Seele. Toll, finde ich super. Also hinten raus ist ein bisschen Kindergeburtstag. Nee, könnt ihr das ruhig. Ihr könnt ja so ein Jingle auch ruhig eine halbe Stunde machen. Dann müsst ihr nicht so viel quatschen. Nee, also... Weißt du? Ein bisschen dehnen. Man kann das ja ziehen. Hinten waren wir so vergnügt. Und da sind wir ein bisschen ausgeflippt einfach. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir singen beide gerne. Gibt es von dir Aufnahmen, auf denen du singst? Hast du jemals professionell Aufnahmen gemacht? Das interessiert mich wirklich, weil es von mir viele Schallplatten noch gibt. Ohne Witz. Wirst du mal Ricardo vielleicht erklären, was eine Schallplatte ist? Hallo. Bei mir, ich habe ja noch Shellac-Platten. Ich bin Generation Urban Outfitters. Ich kaufe auch Schallplatten. Ich habe auch einen Plattenspieler zu Hause. Nein, dann hast du mir was voraus, weil ich habe keinen Plattenspieler. Ich habe noch Platten, aber... Das ist doch gerade wieder total angesagt. Dann kennt ihr das. Soll ich euch einen krassen Funfact über Schallplatten erzählen? Lana DeRay's letztes Album, The Tunnel Under Oceans Boulevard, ist das meistverkaufte Album auf Vinyl in UK ever. Sogar mehr als damals, als das noch das gängige Medium war. Findet ihr das nicht krass? Das kann nicht sein. Doch. In diesem Sinne, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, genau. Jetzt geht es bitte mal um mich auch mehr. Okay. Wir haben gerade schon über zwei Dinge gesprochen, die dich wahnsinnig interessieren könnten. A. Der Begriff Flotter Dreier. Ich habe dazugehört und es ist ja umgangssprachlich einfach... Da hatte man es zu einer anderen Zeit bei den Dinosauriern gesagt, Flotter Dreier. Genauso wie man gesagt hat, Anke, du bist noch richtig Kesse Sumse. Sumse? Sumse. Kesse Sumse. Kennst du nicht? Ne. Okay, das hast du ja ausgedacht. Ne, das ist flott. Doch, es googeln wir nach. Und was ist eine Sumse? Ja, so eine Biene, eine flotte Biene. Aber ihr habt doch beide in eurem Leben noch nie flott gesagt, ohne Kontext. Doch, wenn man sich mit älteren Damen unterhält zum Beispiel, jetzt mit meiner Tante oder mit meiner Oma damals, habe ich schon gesagt, Oma, das sieht aber flott, ganz schön flott aus. Weil man ja nicht sagt, das sieht geil aus, richtig geiler Arsch, Oma, sondern das ist flott. Freut sie sich bestimmt. Das ist so viel für deine Augen oder so. Das höre ich immer, wenn ich beim Friseur sitze. Wenn man dann irgendwie so da sitzt in so einem Hemd, dann sagen einem meistens ältere Damen, das ist aber flott. Das finde ich frech. Frech? Ja. Frech ist auch so. Ich stelle mir mal vor, ich bin auf so einem Rockkonzert, richtig knallharter Rocker, und ich gehe ins Backstage und sage, du, das war richtig frech. Das war eine richtig Kesse Show, die du abgeliefert hast. Das wird alles aussterben. Die werden alle weggehen, die Begriffe. Wenn wir die nicht benutzen, gehen die weg. Ist euch das klar, dass der Duden immer aufgefrischt wird, dass Wörter rausfallen, weil neue reinkommen? Und das ist ja limitiert. Also irgendwann sagen sie, all diese Wörter können nicht bleiben. So ist zum Beispiel Hackenporsche rausgeflogen, was für mich blöd ist. Hackenporsche benutze ich heute noch, weil ich den noch habe. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, was das ist. Du bist so jung, es kotzt mich an. Was bedeutet das? Ein Hackenporsche ist ein Einkaufswagen, den du hinterher ziehst. Hattest du eigentlich heute Schule oder wurdest du befreit? Leute, ich bin 30, ich bin keine 12. Wie würdest du es nennen? Du weißt, was ich meine. Diese Dinger, die man hinter sich her zieht. Trolli. Trolli, ja. Ich würde es Trolli nennen. Ich glaube, die heißen jetzt auch Trolli. Aber ich wollte nur anmerken, dass Hackenporsche und Flott, das ist alles das Lit von heute. Wenn die Leute sagen, das ist Lit oder das ist... Was ist ein Lit? Lit ist das Neuflott. Lit ist das Neuflott. Und das heißt, dass Lit das Flott von morgen ist. Also irgendwann werden Menschen zusammensitzen und das Wort Lit benutzen, damit eine andere Generation von Menschen sagen, das sagt man so nicht mehr. Ist es L-I-T? Ja, vielleicht sagt man irgendwann auch ein Litter Dreier statt ein Flotter Dreier. Ist es von Literate? Ich glaube, Lit kommt tatsächlich von Feuer. Wenn man ein Feuer legt, dann auf Englisch, dann sagt man ja, it's lit. Und wenn quasi etwas cool ist oder heiß ist, dann sagt man, ich glaube, das kommt daher. Aber Lit ist jetzt nicht obszön. Nö. Bei uns war ja zum Beispiel das Wort geil. Das war ja... War das sexuell? In Anwesenheit von Erwachsenen oder Lehrern hat man das nicht gesagt. Wurdest du dann gemaßregelt? Ja. Hast du das dann trotzdem gesagt ab und zu? Naja, natürlich. Und es gibt ja die geilen Triebe von Pflanzen. Das habe ich noch nie gehört. Und ich habe jetzt bei Inserasing, der ist ein Comedy-Autor, der hat jetzt das Jugendwort 1985. Da siehst du Susanne Daubner. Wie toll. Ne, 91 oder so. Und was ist es? Astrein. Ist es toll. Astrein ist auch richtig. Und wie war es? Astrein. Astrein-Wirrlob. Ich sage Astrein. Das würde man nicht in Frage stellen, wenn du das verwendest. Ne, Astrein sage ich auch. Ja, würde man nicht in Frage stellen. Aber geil war bei uns zu Hause auch nicht erlaubt. Also ich durfte das zu Hause nicht sagen. Und ich bin in einem ganz offenen, tollen Elternhaus groß geworden. Ganz tolle Familie. Aber geil ist... Das war auch schön. Ja. Das war ein richtig... Das war sexuell konnotiert. Das bedeutete, einer will jemand anders nackt aufs Gesicht springen. Ja. Gut, das ist jetzt meine Fantasie, die mit mir durchgeht. Aber auch nur bei ihr beide so... Ne, das steht doch so im Duden. Wir haben ja auch mit Dreiern angefangen. Also deswegen ist das ja nachvollziehbar. Ja, was hattet ihr denn mit den Dreiern? Habt ihr denn schon mal einen Dreier gehabt? Ja. Das wollten wir dich fragen. Das Kitter, der darf das nicht umdrehen. Du bist unser Gast. Ich habe einfach geantwortet. Ich habe einfach geantwortet. So viel zum Thema Mysteriös machen oder Spannungsaufbau. Das ist super spannend. Das war ein richtiger Cliffhanger für eine halbe Sekunde. Du musst es jetzt erzählen. Hast du schon mal einen Dreier? Ja. Wie sind deine Pinnnummern? 1, 4, 7, 8. Die Frage galt dir. Du bist ja unser erster Dreier und das sollte die Eselsbrücke sein. Du bist der erste Dreier, den wir gerade virtuell haben. Werden wir alle fragen, auch wenn Olaf Scholz kommt. Hatten Sie schon mal einen Dreier? Da müsst ihr aufpassen. Er redet ja wie ein Wasserfall. Den müsst ihr bestimmt richtig stoppen. Olaf, mach doch. Sieh doch mal zu, dass du kurze Sätze irgendwie. Redezeit, Olaf. Runter. Dass jeder auch zu Wort kommt. Weißt du, Olaf? Du willst die Frage mit dem Dreier einfach nicht beantworten. Ich hatte keinen Dreier gehabt. Noch nie? Nee. Steht das auf deiner To-Do-Liste? Nee. Nee. Also ich glaube, das ist mir zu anstrengend. Ich kenne auch gar nicht so viele Leute. Also wie macht man das denn jetzt? Nimmt man sich da fremde Leute dazu? Also jetzt, man ist ein Pärchen und nimmt jetzt eine fremde Person dazu? Oder fragt man im Freundeskreis? Das würde ich zum Beispiel... So ein Flugzettel. So mit Flugzetteln aussehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwo auf einer Party, ob da so ein Gespräch anfängt mit Mensch, sag mal, hättest du nicht Lust hier, meine Frau, wir sind jetzt hier, wir stehen ja so auf dem Dreier. Also mir ist das zum Beispiel auch noch nie passiert, dass mich das einer gefragt hat. Vielleicht hast du die Zeichen nicht verstanden. Oh, gibt es Zeichen? Naja, wenn dann zum Beispiel, wenn man an einer Bar ist und jemand dir ein Getränk rüberschickt und mit einer Serviette auf der steht, hey, wir haben dich von der anderen Seite der Bar gesehen. Das ist mir noch nie passiert. Das ist kein Zeichen, das ist ein Brief. Das ist ja eine Ansage. Ich stelle mir das sehr filmtechnisch vor. Das ist ja, wie ich nehme dich an die Hand und nehme dich gleich schon in den Raum rüber, wo die dritte Person ist. Das Zeichen ist, man lässt 14 Gläser fallen, dann wissen alle Bescheid. Man findet auf diese Frage ganz viele Antworten, wie immer im Leben bei Sex in the City, in der Kim Cattrall alias Samantha Jones erklärt, die Regeln, wie man zu einem Dreier kommt. Und sie meinte, dass man, wenn man einen Dreier machen möchte, sollte man immer der Stargast sein, der jemanden besucht und nicht die Person sein, die quasi das ausrichtet, weil es sonst zu Komplikationen kommen kann. Das fand ich einen guten Tipp. Also ich komme da hin. Du bist der Stargast. Du bist der Plus. Und ich bin alleine. So wie jetzt quasi. Du kommst zu uns. Ja. Und wir sind das Paar. Und hier geht es ja schon richtig zur Sache. Wir sind ja nackt. Ich bin der Stargast. Ich bin der erste Gast. Wir sind zu dritt. Wir haben leider nur drei Gläser. Macht eure Mathematik selber. Ja? So. Macht selber. Macht eure Mathe. Aber wir, also jetzt, du musst ja jetzt nicht ins Detail gehen. Wurdest du denn angesprochen oder hast du jemanden angesprochen? Warst du zu zweit? Und hast du gesagt, willst du nicht oder? Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, ich wurde angesprochen. Ja. Und war neugierig. Bist du ja dann einfach? Ja. War neugierig. Ich dachte mir, das ist so einer der Momente im Leben, wo man Ja sagen sollte. Astrein. Astrein, Leute. Das ist für mich Astrein. Das ist für mich Astrein. Hast du dich Cass verhalten? Apropos Cass. Wenn es 20 Jahre her ist, dass man solche Worte benutzt hat. Kannst du dich noch erinnern, als du Anke zum ersten Mal begegnet bist? Ich habe Anke kennengelernt in meiner Sendung. An die erinnere ich mich und von der habe ich dir schon erzählt, dass wir da saßen und ich nicht genau wusste, wo die Reise hingeht. Weil ich dich nicht lesen konnte, weil ich nicht wusste, wie viel ist davon, wie viel entsteht im Moment, wie viel ist Rolle, wie viel ist was. Fand ich super. Also jetzt rückblickend kann ich sagen, ich fand es super. Da fand ich es ganz unangenehm, weil ich merkte, ich mache was falsch. Aber rückblickend mag ich das. Ich habe dich ja geliebt da schon. Also das war alle, ich war aufgeregt und das Team war aufgeregt. Das habe ich nicht gemerkt. Nicht gemerkt. Alle haben ja gesagt, Anke. Aber nur gemerkt, oh. Wie sagt man denn, hallo? Sagt man hallo oder? Kein Pardon, diese Szene mit Habe Kerkeling und Heinz Schenk irgendwie auf dem Flur. Wenn die sich entgegenkommen, 50 Meter und sich so überlegen, was sagt die mir jetzt, was sagt die mir jetzt. Und dann treffen die sich und sagen, Herr Semana. So war das bei dir auch ein bisschen, glaube ich. Aber ich glaube, rückblickend kann ich das verbuchen unter, wie schön, dass es Sachen gibt, die irritieren und wie schön, weil ich das so brauche. Weil ich manchmal das brauche, dass es nicht nur harmonisch ist, sondern dass man merkt, das ist nicht so eingespielt. Und ich finde Fernsehen gut, wenn das überraschend ist. Das war auch. Deswegen habe ich damals auch nie den Gästen vorher hallo gesagt. Also ich habe immer Wert darauf gelegt, dass man sich vorher nicht sieht, dass man nicht Pulver verschießt, dass du schon irgendwas sagst, was vielleicht super lustig gewesen wäre in der Sendung. Und um was ging es denn in der Sendung? Und viele haben mir gedacht, dass das super unhöflich ist, aber das war toll, wenn man sich wirklich, bei Anker habe ich da wirklich das erste Mal in meinem Leben sind wir uns begegnet, die Kamera war an, es gab kein Vorgespräch, keiner wurde irgendwie gebrieft. Euch wurde nur gesagt, hier ist der Sessel, da ist die Tür, ihr könnt jederzeit das Studio verlassen. Es gab kein Thema, es gab kein Thema. Es war wirklich, ich setze mich da hin und es war auch damals nicht so interessant. Jetzt wo du fragst, war auch nicht so, dass man hinging, weil man wusste, ich promote jetzt einen Film oder ein neues Projekt oder ein Buch, sondern ich kam einfach und hatte gebacken und saß dann da. Du hast gebacken und hast sie mitgebracht? Deine Kekse? Nee, einen Kuchen, Käsekuchen. Hattest du dir auch schon Kekse mitgebracht? Ja, macht sie immer, das ist furchtbar. Nee, ich liebe das. Sie drängt sich so auf. Lass uns mal darüber reden, hast du die auch sofort weggeschmissen oder hast du die dem Hund gegeben? Der Hund ist gestorben. Ich habe mich auch vergessen. Nee, aber man wusste nicht, worauf man sich einlässt. Es gab natürlich eine Redaktion, aber ich meine auch kein Vorgespräch gehabt zu haben. Sonst wird man ja angerufen oder man ruft an und man hat ein Vorgespräch mit einer Redakteurin, mit einem Redakteur. Das erinnert mich so an diesen Moment, wenn Leute sagen, ah, früher, früher war alles immer besser. Als ich mich heute fertig gemacht habe und Florian mir die Haare gefüllt hat, haben wir darüber gesprochen, was früher besser war, was wir in unseren Augen, worüber wir gedacht haben. Was würdest du denn in deinem Alter sagen, was also in deinem Frühjahr besser war? In meinem Frühjahr war, glaube ich, Popkultur spannender. Ich habe das Gefühl, Popkultur ist heute super nischig. Jeder folgt irgendwie bestimmten Sachen, die man irgendwie lustig findet oder mit denen man sich beschäftigt. Aber es ist nicht mehr wirklich Kultur. Als ich ein Kind war, so vor 20 Jahren, sage ich mal, da war Popkultur kulturell prägend. Also wenn dann zum Beispiel Madonna, Britney Spears und Christina Aguilera sich bei den VMAs geküsst haben, dann war da ja tagelang die Nachrichten voll damit. Also Popkultur hat so richtig Kultur geprägt, beeinflusst und zum kulturellen Gedächtnis beigetragen. Und ich habe das Gefühl, dass Popkultur heute viel nischiger ist. Ich weiß nicht, ob wir in 20 Jahren da sitzen oder die Kinder und Teenager von heute in 20 Jahren da sitzen und sagen, mein Gott, weißt du noch, damals, vor 20 Jahren habe ich dieses eine Meme gesehen. Das hat mich total geprägt. Wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich hat man das dann schon im Kopf. Aber das ist so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh, ich vermisse was, was ich früher besser fand, was sich heute verändert hat. Oder auch Musik zum Beispiel. Musik, man hat ja als Kind, haben meine Eltern oft immer gesagt, so ja, früher war Musik viel besser. Früher mochten wir Musik viel lieber als das, was im Radio läuft. Und heute merke ich so bei mir, dass ich das manchmal so empfinde, wenn ich irgendwie durch TikTok scrolle und irgendwie so die ganzen Songs höre. Ich finde auch viele Songs gut, aber ich weiß nicht, ob die so eine Nachhaltigkeit haben. Und wenn ich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, im Auto Berliner Rundfunk anmache, das ist so ein Retro-Sender, die ganz viele Songs aus den 80ern oder 90ern spielen, die berühren mich total. Und ich merke so, boah, das hat so 30, 40 Jahre später immer noch so einen emotionalen Effekt auf einen. So, das hat mich total beschäftigt. Dieser Gedanke, dass ich das jetzt auch schon anfange zu haben, früher war alles besser. Was fandet ihr denn früher besser? Ich bin gar nicht so drauf, dass ich sage, ich fand früher alles besser. Nicht alles, aber es gab bestimmt was, was du früher spannend fandst. Ich kann mich bei Musik erinnern, als ich das erste Mal einen Cover-Song gehört habe von Elvis. Oh Gott, hast du gesagt, das geht doch nicht. Man kann doch nicht einen Original-Song nehmen und den verändern. Hast du das? Ich dachte, also entweder haben zwei Leute zeitgleich den gleichen Song erfunden. Ich war wirklich perplex. Ich dachte, hat denn keiner Elvis Bescheid gesagt? Ruf den doch mal an. Was der das nachmacht. Also das war, früher war Covern Clown. Das war wie, der hat den Bierkappel gezogen. Ich war wirklich perplex. Ich dachte, dass ich der einzige Mensch bin weltweit, dem das jetzt aufgefallen ist. Oh, was für ein Phänomen. War dann irgendwann, also heute ist es noch so, dass ich denke, man covert nicht. Du kannst doch nicht, wenn du auf der Bühne bist, Vollplayback singen. Das ist jetzt heute auch, also jetzt nicht gang und gäbe, aber ich habe es von ein paar Rappern mitbekommen, die machen dann Vollplayback. Wie die Flippers damals, wo der Schlagzeuger bei seinem Einsatz von der Bühne geht und auf Toilette geht und durch magische Hand diese Trommelsolo weitergeht. Covern ist bis heute so ein Ding, wo ich denke. Aber es gibt doch Cover, die berühmter sind als das Original. Zum Beispiel von Dolly Parton's I Will Always Love You. Wissen gar nicht alle, dass Whitney Houston's Song und Cover ist. Ich wusste auch nicht, dass Whitney Houston, also dass die gar nicht geschrieben hat. Dass die eigentlich immer gute Leute hatte, die gesagt haben, das wäre was für dich. Die Info hast du aus dem Film. Aus dem Film, ne? Habe ich auch gefilmt. Aus welchem Film? Aus dem Whitney-Film? Aus dem Whitney Houston Biopic. Toller Film. Ja, er macht einen vor allem, also ich habe danach irgendwie richtig Bock gehabt, noch mehr Songs von Whitney Houston zu hören und irgendwie Auftritte anzugucken, weil es so besonders war, wie jemand gesungen hat, wie sie. Ich fand den schön umgesetzt, dass es nicht so, nicht nur auf die Schiene ist. Da ist ein Star, der hat Drogen genommen und dann ist er gefallen und dass man, also dass man davon Gott sei Dank gar nicht so viel gesehen hat, sondern das gesehen hat, was sie ausgemacht hat. Ja, aber... Also das fand ich sehr ehrenvoll. Aber auch, dass sie nicht nur perfekt war. Also sie hat schon auch von Anfang an, hat sie auch Ecken und Kanten gehabt, hat auch mal was Menschliches gemacht, hatte eine lesbische Beziehung. Also es wurde nicht alles so weichgespült, dass es irgendwie in einem Hollywood-Image entspricht, sondern man hat schon das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen ehrlicher an ihrem Leben dran war und die Komplexität ihres Lebens beschrieben hat. Krass auch, dass diese lesbische Seine damals, das hätte nicht funktioniert, ne? Sagt man halt so. Ich weiß nicht, ob Whitney's Stimme nicht am Ende trotzdem gesiegt hätte, weil sie einfach so ein großes Talent hatte, aber es hätte er bestimmt am Anfang ein paar Türen verschlossen gelassen, die sie vielleicht gerne offen gesehen hätte. Deswegen hatte die ja auch einen sehr krassen Imagewandel, einen anderen Look, wurde anders angezogen, hat sich anders anhören sollen. Da war ja schon sehr viel kontrolliert am Anfang. Achso, da waren Leute, die gesagt haben, du musst dich jetzt anders anziehen? Ja. Okay. Ja, das war schon so, wie man, also wie, so ist das, ja klar, die Sachen werden rausgelegt, hier ist ein Lied, das musst du singen, du darfst die und die nicht treffen, das darf nicht dein Freund sein und so. Also diese klassische Dinge, wo ich hab da viel drüber nachgedacht, über Tournee-Geschäft zum Beispiel, dieses auch, wo sie dann, ich weiß nicht, wie viele Termine sie hatte, sie hatte dann 80 Termine oder so und du wusstest ja schon, beim zweiten Termin ist schon der Ofen aus, also die kann nicht mehr. Dass ich so dachte, wer hat diese, wer hat das erfunden, diese Tournee, dass jemand zu mir sagt, spiel mal 60 Termine, du musst jetzt 60 Termine spielen, sonst damals bei Peter, nee, Peter Alexander nicht, bei Heinz Erd war es so, der immer gespielt hat, der hatte so einen Wahn, dass er gesagt hat, ich muss spielen, sonst vergessen mich die Leute. Ich muss auf Tour, ich muss ins Fernsehen, sonst bin ich weg vom Fenster. Aber du gehst doch auch viel auf Tour. Und guck dir an, also Heinz Erd, wie lange der schon tot ist und wie wir den immer noch lieben so. Aber du gehst doch auch viel auf Tour. Ich geh jetzt nicht mehr auf Tour, also ich bin jetzt seit Juli, geh nicht mehr auf Tour. Das sind jetzt, das sind ein paar Monate, davor warst du viel auf Tour. Jaja, ich war 25 Jahre nonstop auf Tour und jetzt ist so auf unbestimmte Zeit, habe ich gesagt, also ich höre jetzt auf mit Tour und sag jetzt auch nicht, wann ich wiederkomme. Also ich will diesen Druck nicht haben. So wie wir, wenn wir in eine Sommerpause gehen. Jahre später, längste Sommerpause. Und dann auch nicht sagen, wann wir zurückkommen. Aber was wäre denn für dich das ideale Setup? Also ich würde jetzt mal denken, sowas wie ein Club, in dem du Resident bist für... Wie ein Pops in Las Vegas. Ja, zum Beispiel. Das fände ich auch toll. Das fände ich toll. Ein Monat, einfach nur, man weiß, einen Monat lang kann man dich in dem und dem Club einfach abends sehen um elf. Für eine Stunde. Das habe ich mir schon oft so vorgestellt, in Berlin, ein Monat lang irgendwie so in so einem Musical-Theater, weißt du, wo ich dann so eine Garderobe auch habe. Also das finde ich... Bisschen kleiner als bei Maria Carey oder so, dass man da aber auch so... Aber nee, ich habe diese Tour-Ding, ich finde das toxisch. Das ist so, wir reden ja viel über Sachen, die toxisch sind, die uns fertig machen. Und da gehört das dazu, dass irgendein Typ hat sich irgendwann vorgestellt, den schicken wir jetzt auf Tour. Und ich als Künstler habe ja auch mitgemacht, mir hat es ja auch Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, vor zehn Jahren hatte ich meinen ersten, vor 15 Jahren meinen ersten Burnout gehabt. Also ich habe eine Sache gemacht, die mir unheimlich Spaß gemacht hat, aber ich werde da fast dran nicht stormen. Sodass ich denke, okay, dann ist das die Aufgabe des Künstlers auch zu sagen, wie viel schaffst du eigentlich? Und dass ich nochmal 30 Tage am Stück auf Tour gehe, das schaffe ich auch nicht körperlich. Es gibt ja unterschiedliche Stressfaktoren. Manche Performer finden es ja stressig auf einer Tour, jeden Abend performen zu müssen vor dem Publikum, weil sie irgendwie mit Lampenfieber zu kämpfen haben. Andere finden das Auftreten überhaupt nicht stressig, sondern eher das Reisen zwischendrin, die fehlende Routine. Was fandest du denn anstrengend, wenn du auf Tour warst? Also schon, die sind jeden Tag um 8 Uhr wirklich das Feuerwerk abzuzünden. Also ich habe ja immer mein Leben gespielt. Ich habe noch nie eine Vorstellung irgendwie, ich bin noch nie in meinem Leben auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ja, heute habe ich nicht so richtig Lust, heute mache ich mal nur 50 Prozent oder 40 oder so. Also ich bin immer auf die Bühne gegangen mit Vollgas. Ob ich jetzt 40 Fieber hatte, ich weiß noch, mein Vater ist gestorben damals und am nächsten Tag bin ich auf die Bühne gegangen, weil ich dachte, das ist für mich der beste Umgang, den ich jetzt haben kann, dass ich auf die Bühne gehe mit Beruhigungstabletten und so Sachen abgezogen habe, wo ich jetzt im Nachhinein denke, ist nicht gut. Ich war im Frühjahr, war ich nur auf Tour, hatte eine Bronchitis und bin zum Arzt gegangen, habe mir so Kortison spritzen lassen. Und das war auch so, weil ich dachte, ich rede unheimlich viel über Depression und mentale Gesundheit. Und auf der anderen Seite ist das aber noch so ein Ding aus den 50er Jahren, dass ich mir dann sage, naja, da müssen wir jetzt gegen anspritzen, das muss heute funktionieren, ich muss die Fans warten auf mich, ich kann jetzt nicht absagen und so. Das ist völlig blödsinn, weil ihr hörtet, ich bin jetzt noch heiser. Ich habe jetzt damit noch zu tun, mit Husten und so, wo ich nicht weiß, wo das herkommt irgendwie, dass ich denke, bist du bescheuert? Und da habe ich gesagt, nee, du musst kürzer treten. Aber wäre dann so eine Residency in einem Club nicht trotzdem auch kontraproduktiv, weil du ja trotzdem jeden Abend um acht abfahren musst? Ja, klar, also ich würde es auf jeden Fall, ich würde es auf gar keinen Fall machen. Ich kann mir das im Gedanken vorstellen, ich kann mir das als Filmszene gut vorstellen, aber dass ich jetzt jeden Tag am Samstag dann Doppelvorstellung habe, irgendwann kommt nur einer an und sage, hier, nimm doch noch die weißen Tiger, weil, nee. Bei dir ist das ja auch so, du gehst ja auch nicht so gerne auf die Bühne, ne? Ich mag es gar nicht auf der Bühne. Das ist überraschend, finde ich, weil natürlich die meisten Menschen erwarten würden. Also ich mag das schon, ich mag das schon. Ich mag das, aber ich habe zu viel. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag sechs Stücken Torte esse, auf Dauer ist das nicht gesund. Aber gibt es nicht die Analogie zu dir, wenn du eine Dispo kriegst und weißt, aha, um so und so viel Uhr werde ich abgeholt, dann bin ich in Hair and Make-up, dann haben wir vorher noch eine Besprechung, dann ist die Aufzeichnung. Das ist alles, was so fremdbestimmt ist. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die damit einfach ein Problem haben. Ich kenne auch Schauspielkolleginnen, die sagen, ich kann das nicht mehr ertragen, ich gucke auf die Dispo und da steht, ich werde um 5.45 Uhr abgeholt, ich bin so fremdbestimmt, ich möchte jetzt wenigstens alleine anreisen. Kann ich bitte alleine anreisen? Kann ich mich selber um meine Unterkunft kümmern? Ich bringe auch mein eigenes Essen mit und kann ich nicht die größtmögliche Freiheit, sich noch innerhalb dieses Setups zu suchen? Bei mir ist es tatsächlich, wie ich aussehe. Also so viel von meinem Tag ist, wie du sagst, fremdbestimmt, fremdgesteuert. Andere Leute treffen Entscheidungen vor allem. Und ich habe immer das Gefühl, was ich anziehe, wie ich aussehe, wie ich mit meinem Aussehen umgehe, das lasse ich mir nicht nehmen. Da darf niemand reinreden. Das ist so mein letztes bisschen Privatsphäre, das ich mir für mich erhalte. Das ist zum Beispiel voll powerful, wenn man das Gefühl hat, okay, alles um einen rum wird entschieden und du sollst am Ende quasi nur performen. Aber selber entscheiden zu können, wie man aussieht, ist ja auch was, was Britney Spears zum Beispiel in ihrem Buch beschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Ich habe es noch nicht gelesen, nee. Das ist tatsächlich sehr empfehlenswert, weil man wirklich auch versteht, wie dieser Popstar, vielleicht kannst du dich dann auch gut damit identifizieren, wie die dazu getrieben wurde, immer weiter zu performen, obwohl die ganz oft gesagt hat, ich kann nicht mehr. Leute, ich brauche eine Pause, bei mir ist was Schlimmes passiert, privat. Oder ich habe gerade zwei Kinder bekommen, mein Hormonhaushalt ist super, noch gar nicht intakt, ich bin noch gar nicht fit und wurde trotzdem immer wieder auf die Bühne geschubst, weil jemand gesagt hat, wenn du jetzt nicht auf die Bühne gehst, dann war es das. Tarriere ist vorbei. Guck mal, der hat einen Song über dich gemacht und erobert gerade die ganze Welt und wenn du jetzt nicht auch zeigst, dass du noch performen kannst, dann haben sich die Leute sofort vergessen. Und immer dieses auf die Bühne schubsen und sie meinte dann das ganz oft, wenn alle Leute alles für sie entschieden haben, weil das letzte bisschen Autonomie, das sie über sich selbst hatte, waren ihre Haare und ihr Make-up und dann hat sie sich zum Beispiel nicht abgeschminkt oder hat einfach ihre Haare nicht mehr bewegt, weil sie meinte, die Leute wollen, dass ich meine Haare schüttle, weil das sexy aussieht und weil das das Publikum zum Durchdrehen bringt. Und ich habe nicht viel rebellieren können, aber das bisschen, was ich hatte, war zum Beispiel meine Haare nicht mehr zu bewegen und einfach meinen Kopf nicht zu bewegen. Ich mache die Tanzbewegungen, aber ich bewege meinen Kopf nicht. Und das fand ich zum Beispiel so spannend, dass man sieht, jemand ist so weit getrieben, hat so wenig Kontrolle über sich, dass selbst so kleine Gesten für einen dann am Ende doch viel bedeuten. Aber das würde für dich bedeuten, Kurt, dass du ja dann jetzt, du musst einen neuen Weg finden, aufzutreten oder zu performen. Ich muss einfach nur kürzer, ich muss das kürzer machen. Also ich habe jetzt schon, ich habe jetzt schon so Pläne, dass ich so denke, ist ja noch nicht spruchreif, aber ich male mir das so zurecht, dass ich sage, in welchen Städten ich auftreten möchte, wie viel ich machen möchte. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte so 20 Shows machen pro Jahr. 10 im Frühjahr, 10 im Herbst. Da weiß ich jetzt schon, das kriege ich hin. Weil mir macht das ja Spaß. Bei mir ist es, ich bin ja auch nicht fremdbestimmt. Das ist alles, das bin alles ich selber. Also ich stelle das ja selber zusammen. Ich sage ja dann, ich spiele nicht einmal in Magdeburg, lass uns doch zweimal, die Bude kriegen wir voll, ist ja noch immer voll. Kannst du drei Tage spielen. Aber einen Tourplan gab es immer für dich. Es gab auch den Tourplan, den du eigentlich, Ja, da war ich immer selbst daran beteiligt. Also das ist jetzt nicht, das jetzt bei Whitney Houston oder so, ist ja natürlich, das ist ja tausendmal stärker. Also da hängen ja viel mehr, verdienen ja auch so viele Menschen so viel Geld damit. Also wenn die auf Tour geht, dann hat die ja 100 Leute im Schlepptau. Bei mir ist, ich bin da alleine. Und ich habe halt immer gesagt, 25 Jahre lang jeden Tag, fünf Stücken Torte bitte. Weißt du? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hm, ist vielleicht gar nicht so gesund. Und schmeckt auch gar nicht mehr. So nach 25 Jahren, diese pappige Scheiße da immer. Und dann einfach mal Pause machen und sagen, ein bisschen Detox. Ein bisschen überlegen. Aber mir fällt jetzt so auf, dass wir viele Sachen, also wir reden über viele Sachen, wie wir freier im Kopf werden und so, wie wir auch toleranter werden und so. Aber da sind noch so ein paar Sachen von früher, wo ich so merke, das haben wir noch so, das schleppen wir mit uns. Da sind wir böse zu uns selber. Ich glaube, du hast gerade was angesprochen, was viele Menschen vergessen. Und zwar, wenn wir über den Begriff toxisch sprechen, dann redet man ja so oft über Dinge, die schlecht für einen sind, die negative Eigenschaften, Menschen, die negative Dinge ins Leben bringen. Aber manchmal kann ja auch was negativ für einen sein, das man eigentlich total liebt. Wie du sagst, ein Stück Torte ist super. Fünf Stück Torte jeden Tag hat dann vielleicht eine andere Auswirkung, also metaphorisch gesprochen. Also das sind auch Dinge, von denen man, die einen glücklich machen, wenn man die überkonsumiert, dass es dann auch umschlagen kann, auch nicht mehr gut für einen sein kann. Und ich war einfach exzessiv. Also ich war in jederlei Hinsicht exzessiv. Was Drogen angeht, was den Job angeht, alle irgendwie haben, 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 haben. Das wundert mich natürlich schon, dass da nicht jeden Tag ein flotter Dreier irgendwie mit auf dem Programm war. Entschuldige, Kurt. Du widersprichst dir hier einfach und es fällt dir nicht mal selber auf. So exzessiv kannst du nicht gewesen sein, wenn du keinen Dreier hattest im Leben. Ich war vielleicht einfach egoistisch, nur auf mich bezogen. Du hast immer geile Einser gehabt, ne? Immer schön. Ich sage, lass mal Dreier machen. Nein, ich mache mit mir alleine. Ich gehe in mein Hotel. Tschüss. Das stelle ich mir auch blöd vor. Ich kenne diese Situation vielleicht ein bisschen anders, aber nicht so deutlich wie bei dir. Du hast eine Bronchitis und du gehst trotzdem auf die Bühne. Jetzt fragt man sich natürlich, was will das Publikum? Will das Publikum, hat gespart, das Ticket war teuer, die gehen zu viert, kostet Geld, haben sich den Arm freigenommen, Babysitter besorgt. Halbissier im Voraus geplant. Ja, genau, das ist so das Denken auch. Und dann sagen die dann, nee, wenn du Bronchitis hast, Alter, bleib zu Hause. Du gefährdest dich und wir werden dich dann nie wiedersehen, wenn die Stimme weg ist oder noch Schlimmeres. Alle sagen das. Und doch? Alle sagen dann, also ich habe dann, also richtig, richtig vollidiotmäßig, ich fahre dann in Berlin beim Arzt, bin dann aber schon nach Frankfurt gefahren und habe dann gesagt, also nach einem Auftritt, den ich gemacht habe, wo ich rumgekriegst habe und wo ich dann auch denke, das ist doch, das war dich jetzt vor einer halben Stunde gesagt habe, ich gehe auf die Bühne und spiele um mein Leben. Also ich möchte, dass die die beste Vorstellung bekommen, die ich abliefern kann und die lieferst du nicht ab, wenn du krank bist. Und am nächsten Tag habe ich ein Video gemacht, weil ich noch, dann dachte ich auch, die Leute müssen mich sehen. Die müssen mich sehen, dass die sehen, ich bin krank. Nicht, dass die denken, irgendwie, ich habe die feiert oder habe keine Lust oder so. Also das war auch da. So pflichtbewusst. Völlig pflichtbewusst. Die müssen mich sehen, wie ich hier leider auch die Stimme höre, und dass ich nicht synchronisiert werde oder so. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht, tut mir leid. Und die Tic, also das wird alles verschoben. Wer keinen Bock hat, kriegt das Geld zurück und so. Natürlich haben alle gesagt, werde gesund. Vielleicht ist das ja auch. Das ist völliger Blödsinn, dem man sich da einredet, die Fans, und dann sind die sauer. Und nein, natürlich nicht. Vielleicht ist das ja auch ein gutes Stichwort, unsere Community zu fragen, wie sie damit umgehen. Also wenn ihr eine Geschichte habt, wo ihr vielleicht mal überperformt habt oder gemerkt habt, dass ihr weitermachen wollt, obwohl ihr eigentlich eine Pause gebraucht hättet und ihr dazu eine spannende Geschichte habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an freehugsatwondery.com. Können lustige Geschichten sein, können traurige Geschichten sein, kann auch eine Geschichte sein, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Na klar. Wenn ihr einfach was loswerden wollt, schreibt uns, wir freuen uns darüber. Obwohl es mich auch interessiert, weil das ja genau die andere Seite ist. Also wir arbeiten ja für ein Publikum, wir drei. Wir machen das natürlich, weil wir Bock drauf haben und weil wir das gerne machen, weil wir merken, ah, das ist ein toller Beruf und ah, das möchte ich machen. Aber die andere Seite interessiert mich immer auch. Also wie, hat mal jemand das auch erlebt, dass das der schönste Abend ever hätte werden können und dann hat er nicht stattgefunden. Wie fühlt man sich da? Denkt man dann, jetzt bin ich aber sauer auf Kurt Krömer, dass er nicht auftritt. Ich spare schon so lang. Oder vielleicht vertun wir uns auch und alle sagen, so wie du sagst, natürlich nicht auftreten, du bist krank. Passt auch nicht in die heutige Zeit, dass dann Leute sagen, ich hab bezahlt, da muss ich jetzt auftreten. Aber wer hat? Das sind genau die Sprüche. Der muss sich zusammenreißen. Weißt du, da muss man durch. Es wird jetzt nicht geweint. Zieh durch. Also das sind ja genau die Sachen, die wir öffentlich auch bekämpfen, dass wir sagen, hör doch mal auf, so einen Blödsinn zu erzählen. Und natürlich, das ist nur in unserem Kopf oder in meinem Kopf. Ich beziehe das jetzt mal auf mich. Also ich finde schon, dass wir in einer Industrie arbeiten, die wenig Rücksicht auf sowas nimmt. Also zum Beispiel ein Freund von mir, Nico Stank, der ist auch Comedian und der hat letztens auch ein paar Auftritte abgesagt, weil er krank war. Und der hat ganz fiese Nachrichten bekommen von Menschen, die meinten, habe ich null Verständnis für, dass du deine Steuer jetzt absagst. Er war todkrank zu Hause, konnte gar nicht sprechen. Und der hat schon fiese Nachrichten bekommen. Und ich muss auch sagen, also ich habe glaube ich in meinem Beruf noch nie oder vielleicht ganz selten mal abgesagt, weil ich krank war. Dann war ich aber wirklich länger krank. Aber zum Beispiel, ich habe mal nicht mal einen Job, sondern einen Fernseherauftritt, einen relativ kurzen Fernseherauftritt. Wochen im Voraus habe ich Bescheid gegeben, dass ich da nicht kommen kann, weil meine Cousine heiratet und ich ihr Trauzeuge bin. Und das hat sich dann relativ spontan ergeben. Da war null Verständnis da. Und das war echt nicht so wichtig, dass man sagt, okay, ohne dich läuft diese Show nichts. Die konnten da echt auf mich verzichten. Ich habe ganz viele alternative Möglichkeiten. Ich hätte sogar von dieser Hochzeit mich live zuschalten lassen. und da wurden alle Vorschläge abgeschmettert. Da wurde wirklich so gesagt, da haben wir null Verständnis für. Und ich dachte mir so, aber ihr müsst doch auch ein Privatleben haben. Und wie oft im Leben kommt es vor, dass ein Familienmitglied einen als Trauzeugen möchte. Und das ist ja wochenlang im Voraus. Wochenlang im Voraus kündigt man das an und da kommt ganz wenig Verständnis. Also ich finde schon, dass wir in der Industrie arbeiten, die jetzt nicht unbedingt Rücksicht nimmt, wenn man mal sagt, hey, ich habe irgendwie gerade eine Grenze oder ich brauche mal kurz eine Pause, weil ich eine familiäre Verpflichtung habe. Ich finde, dass da schon wenig Verständnis einem gegenüber gebracht wird. Aber das ist so die Arroganz des Fernsehens auch. Das ist so wichtig, dass wir alle scheißen auf unsere Familie, ob da jetzt mein Kind Geburtstag hat oder nicht morgen ist der Samstagabend Show. Das ist dann super wichtig. Hatte ich auch, dass ich Anfragen bekommen habe für Fernsehen und die gesagt habe, ja, kann ich nicht an dem Tag. Ich spiele live. Ja, wieso? Fernsehen ist doch wichtiger. Kannst du mal absagen. Und da habe ich gesagt, nee, da waren 400 Leute oder so, wo ich gesagt habe, nein, und wenn es 100 wären, ich sage da nicht ab. Ich komme heute nicht, weil ich bin im ZDF oder bei Sat.1 oder so. Und dann ging das auch so, es geht nicht. Der Termin ist gesetzt. Ich sage da nicht ab. Also sowas finde ich dann zum Beispiel scheiße. Das macht man nicht. Wenn man krank ist, hast du ab. Da müssen wir auch drin arbeiten. Das möchte ich auch nicht mehr hören, dass da irgendwelche Kollegen angemacht werden. Also wir können nicht über mentale Gesundheit sprechen, über Burnout und wie wir den Blödsinn umgehen. Und auf der anderen Seite poche ich dann aber darauf, Ricardo, ich habe hier 25 Euro bezahlt, du trittst hier auf. Das ist mir scheißegal wie. Weißt du? Das ist doch völlig absurd. Ja, ich glaube, dass wir oft in so einem Strudel drin sind, dass man halt irgendwie auch vergisst, okay, das ist alles gar nicht mal so wichtig. Also wenn jemand zum Beispiel krank ist und sagt so, ich kann nicht, dass man dann vielleicht auch sagen muss, hey ja, die Welt dreht sich auch weiter, auch wenn man den Termin nachholen muss oder wenn es dann ein paar Komplikationen gibt. Weil wir natürlich alle ein Fan davon sind, wenn Dinge smooth laufen, wenn es keine Komplikationen gibt, wenn es keine Steine gibt, die man im Weg gelegt bekommt. Wir wünschen uns, dass der Weg frei bleibt. Und deshalb jede Art von Komplikationen bringt natürlich einen Rattenschwanz mit Verantwortung mit sich. Es ist ja nicht so, dass dann so ein kleiner Auftritt abgesagt wird und dass das super easy gelöst ist. Und wir wünschen uns alle ein relativ komplikationsloses Leben, was aber nicht immer das einfachste und gesündeste ist, beziehungsweise das erstrebenswerteste ist. Und wir haben vielleicht auch noch so ein bisschen drin, wir müssen funktionieren. und wir erwarten dann auch vielleicht von anderen, dass sie funktionieren und sagen dann, wieso, ich habe das auch geschafft. Wenn ich das sagen würde in meinem Job und sagen würde, ich kann heute nicht, ich bin Trauzeuge oder mein Kind hat Geburtstag, das müsste ich mir mal leisten in meinem Job. Wisst ihr, was ich meine? Ich zucke immer zusammen bei dem Wort funktionieren. Als ich in der Klinik war wegen den Depressionen, haben wir die Patienten auch immer, wir haben immer Sätze gesagt wie, naja, ich bin da leidnerziehender Vater, mit den Kindern, das muss funktionieren. Und dann wurden wir immer unterbrochen. Deswegen, als du gerade gesagt hast, funktionieren, weil wer funktioniert? Maschinen funktionieren. Wir sind Menschen, wir haben nichts zu funktionieren. Weißt du? Also dieses, das muss funktionieren. Hast du mir das irgendwie reingehauen gekriegt? Von wo ist denn das? Keine Ahnung. Das ist wie, ich muss doch gerade daran denken, ich war jetzt dann einkaufen und habe keine Tüte mitgenommen. Und dann habe ich die Sachen so getragen, weil ich erzogen worden bin. Man zahlt dann nicht 50 Cent oder 1 Euro fast ja heute schon für so eine Tüte. Und da sind viele Sachen, die mal einfach, die sind so drin. Was ich ganz oft im Internet lese, ist ja, wenn so zum Beispiel Frauen auf ein Thema aufmerksam machen, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Hygieneartikel auf Toiletten kostenlos zur Verfügung stehen sollen oder dass sie irgendwie versuchen, Bewusstsein zu schaffen, dass wenn man Periodenschmerzen hat, man auch irgendwie nach Hause gehen sollte, wenn man irgendwie Schmerzen hat. Ich habe da so einen Post auf Instagram gesehen, da schreiben so ganz viele, vor allem Männer darunter, also meine Mutter, die war alleinerziehend, hat acht Jobs gehabt, hat fünf Kinder gehabt, hat sich nie beschwert. Dann kann ich doch von dir wohl auch erwarten, dass du dir deinen Tampon selber kaufst. Und man denkt sich dann so, hast du deine Mutter mal gefragt, ob die das alles so toll fand? Ob die das alles so weggesteckt hat? Ob für die das alles so einfach war? Völlig übertrieben, musst du zurückschreiben, meine Mutter hatte 16 Kinder, die hat 20 Stunden gearbeitet. Ja, aber dieser Gedanke so, klar, man vergleicht das oft mit früher, wo man dann sagt so, früher war das so und so und so und so und so. Aber hast du schon mal nachgefragt, ob die Menschen früher alle glücklich waren oder ob die das nicht auch super anstrengend fanden, ob die nicht auch voll viele Probleme hatten, also wenn man so argumentiert, früher sind ja auch Menschen mit 40 gestorben. Also so hat sich auch ein bisschen was verändert im Leben. Ich glaube, dann muss man auch auf die andere Seite gucken. Die andere Seite des Gedankens wäre, hast du denn deine Mutter mal gefragt, wie die das fand? Ja. Und dann fragst du die Mutter und sagst sie, boah, ich wäre ganz schön froh, wenn es so wäre wie heute. Ihr habt es ganz schön gut heute. Oder ich wäre froh, wenn mich damals jemand gefragt hätte. Und ehrlich gesagt, wenn mich damals jemand gefragt hätte, hätte ich gerne getauscht und hätte ich es gerne so, wie ihr die Möglichkeiten, die Optionen, die Freiheiten, die ihr jetzt habt, die Rechte, die ihr jetzt habt, hätte ich gerne gehabt. Also das ist ja die Seite von, also früher war alles, früher war aber früher. Ja, aber wenn wir gefragt hätten, dann. Aber das ist ja super, wenn man die Gedanken einfach mal alle weiterdenkt und einfach mal und das hinterfragt und sagt, äh, funktionieren, wo kommt denn das her? Ah, aus der Mechanik, aus der Maschinenwelt. Also wenn meine Waschmaschine nicht funktioniert, dann bin ich sauer und dann fordere ich den Techniker ein, reparieren sie das bitte, das Scheißding hat zu funktionieren. Aber nicht Anke Engelke, die hat nicht zu funktionieren. Das Blöde ist, dass ich mich selber dabei ertappe, dass ich sage, nee, ich habe nur vier Stunden geschlafen, schaffe ich trotzdem, schaffe ich trotzdem. Dass man stolz darauf ist, dass man mit wenig Schlaf etwas hinbekommt und dass man belächelt wird, wenn es sagt, nee, ich brauche meine zehn Stunden Schlaf. Das möchte die Gesellschaft nicht, dass wir zehn Stunden schlafen. Ich glaube, wir sollen funktionieren. Ich muss ja auch sagen, ich finde das auch so toll in dem Podcast, weil wir zum Beispiel, Anke und ich, haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass wir schon auch immer ans Publikum denken und wenn wir in eine Sendung gehen oder wenn wir auf eine Bühne gehen oder in eine Bühnensituation uns bewegen, dann wollen wir natürlich auch abliefern und das Publikum unterhalten. Wir sind ready, wir versuchen den Menschen einen Mehrwert zu liefern und wenn man so einen Podcast hat, wo man jede Woche miteinander spricht, da darf man auch mal schwach sein. Man darf auch mal unvorbereitet sein und Gedanken äußern, die ein bisschen komplexer sind, die man vielleicht in der Fernsehsendung jetzt nicht so breit erklären kann und man darf auch einfach mal sich Zeit nehmen zu reflektieren und das liebe ich auch. Bei Podcasts merke ich auch, die Grundstimmung ist schon Ehrlichkeit immer. Also wenn ich heute scheiße drauf gewesen wäre, hätte ich das gesagt und auch da hätte es mir, glaube ich, keiner krumm genommen. Es hätte mir nur jemand krumm genommen, wenn ich schlechte Laune gehabt hätte, das an euch ausgelassen hätte und hier irgendwie rumgezickt hätte, dann hätte man gesagt, okay, war für ein Arsch, aber wenn ich jetzt eine halbe Stunde darüber geredet hätte, warum mir das gerade schlecht geht, hat es auch Unterhaltungswert bestimmt. Apropos Ehrlichkeit, wir haben ja schon darüber gesprochen, in welcher Sendung ihr euch mal kennengelernt habt vor 20 Jahren, aber das war ja nicht die letzte Sendung, in der ihr euch kennengelernt habt. Ihr habt ja auch vor kurzem wieder vor der Kamera zusammengestanden. Wir haben bei LOL in der ersten Staffel miteinander zu tun gehabt. Die war für uns, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das war für uns, das war eine Erleuchtung wirklich, also als LOL ganz neu war und wir in der ersten dabei sein durften. Wo hat es denn so eine Aufgabenstellung schon gegeben, dass du lustig sein sollst, aber niemand lachen darf. Was ist das denn? Was ist euch schwerer gefallen? Lustig zu sein und sich sowas zu überlegen oder nicht zu lachen? Du kannst gut nicht lachen. Ich kann gut nicht lachen, aber ich finde manchmal so spontane Sachen lustig und es war ja da wirklich so, dass in erster Linie Kurt und Mirko hinter unserer aller Rücken lustige Sachen gemacht haben und mit denen du nicht gerechnet hast. Wenn ein Vorhang aufgeht und da performt jemand was, kann ich mir gut, ja, geht nicht. Kuckuck geht nicht aus dem Hintergrund. Aber wenn der Vorhang aufgeht, dann denke ich, oh, ich habe bezahlt 35 Euro, wehe die Arschgeige, spielt nicht, ist mir egal, Bronchitis, egal, spiel für mich, Clown. Mach es jetzt. Los. So, aber jetzt kommt ja Weihnachten und da haben wir, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber das war für mich ein super Weihnachtsgeschenk, die Vorstellung, dass man sich trifft wieder und das aber eine andere Situation ist, weil wir vier Paare sind und dass wir als Paar miteinander arbeiten müssen, was für mich kein Problem ist. Ich bin ein Pärchen mit Bastian Pastewka und wir sind, wir lieben es zu proben, wir lieben es, Nummern vorzubereiten. Aber Kurt, der mit Martina ein Paar ist, Martina ist auch ein Probetier, die liebt es auch, sich vorzubereiten. Kurt Krömer steht, kann man nachgucken, da steht Probeunverträglichkeit, oder? Du hast doch diese Probeunverträglichkeit. Dann lieber Laktosemilch trinken. Ja, das war, ich habe Martina dann ganz anders kennengelernt, weil ich bin dann so naiv, dass ich denke, naja, die Anke, die ist halt lustig von sich aus, die macht das denn so. Die hat dann diese Kostüme irgendwo gefunden, dann zieht die die an. Bastian hat ähnliche Kostüme auch durch den Dumpf zu fahren. Zufällig, ja. Die sind vom Himmel gefallen. Jetzt haben die den gleichen Text, das ist ja verrückt. Dann singen die Lieder, da ist auch alles schon fertig produziert. Das hat Bulli gemacht, so. Und dann sind die super lustig, aber dass die dann proben, so. Das habe ich, ich habe das zu Martina, da habe ich euch hinter eurem Rücken verscheißert, habe zu Martina gesagt, die sind in der Längs-Arena in Köln, die proben schon seit drei Jahren. Die haben das schon geprobt, da wussten die noch ja nicht, dass sie das proben müssen. Lustig, weil, wahr. Und das waren da halt, dass die, und Martina ist auch so ein Probetier, die hat dann, die war fix und alle, die hat mich jeden Tag angerufen. Und ich habe dann immer gedacht, so Martina, wir sind ja kein Pärchen, denn also wir, wir sind ja nicht verheiratet. Also Martina dachte, wir sind denn wirklich Mann und Frau. Ach, dass man das spielen soll. Und wir kommen zu Besuch und ich dachte, oh Gott, wenn die sich da jetzt reinbohrt in diese Dinge, dann müssen wir richtig proben, dann haben wir 40 Seiten Text. Und habt ihr dann geprobt? Es gab eine kurze Probe, wo einer von uns beiden, ich sage nicht, wer überhaupt nicht gut vorbereitet war, das ist alles nicht so richtig. Das stimmt, Martina Hill. Schwimmt, traurig, traurig, der hat sich verändert. Der hat das Showbiz. Das sagen alle. Dann muss die mehr liefern. Die muss wirklich, Martina muss mehr liefern. Der hat das Showbiz kaputt gemacht. Dann dachte ich so, natürlich, das hat jeder, also bei mir zum Beispiel, wenn ich, ich habe das gemerkt, als ich Theater gespielt habe oder wenn ich ab und zu so Rollen habe im Fernsehen oder im Kino, dann merke ich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht gut bin, weil das nicht mein Text ist. Also man sieht richtig, wenn ich im Kino irgendwo zu sehen bin und oh Gott, da hat er sich aber erschwert. Aber darfst du nicht, dann nimm doch einfach, nimm doch das Drehbuch und sag hier die Passage, da ist ein längerer Monolog, darf ich das in meinen Worten? Habe ich jetzt auch so, mache ich jetzt, funktioniert super, dass ich dann merke, solange das nicht meine Sprache ist und meine, wenn ich jetzt einen Film drehen würde selber, dann hätte ich nur zwei Seiten Drehbuch. Weil ich dann sagen würde, da improvisiere ich, dann komme ich da rein, dann lasse ich mir was einfallen. Habe ich, wenn ich ein Soloprogramm schreibe, hatte doch nur drei Seiten. Da sind dann drei Seiten, die sind nummeriert, alle Picobello und drei Seiten hintereinander sind leer und da steht oben einfach nur improvisiert. Ah, Televitung. Okay. Improvisiert zum Thema, weiß ich nicht, Erdbeer kaufen auf dem Markt. Und da haben wir alle eine andere Arbeitsweise. Ich habe dann immer zu Martina gesagt, Martina, wenn du jetzt improvisieren musst und dir was einfallen, dann bist du kaputt. Wenn ich jetzt aber deine 30 Seiten, die du mir geschickt hast, ausfällig lernen soll, bin ich kaputt. Also wir dürfen uns gegenseitig nicht zerstören. Und da haben wir, haben wir, glaube ich, einen guten Weg gefunden. Ich bin gespannt. Ich kann das sehr empfehlen. Also das ist, auf zauberhafte Weise schafft die LOL Weihnachtsausgabe, dass es auch wirklich, dass es zwischendurch feierlich ist, was auch daran liegt, dass wir einander so gern haben. Ich habe den Eindruck gehabt, wir haben uns einfach so aneinander gefreut. Und dann holen wir aber die Messer raus und wollen ja doch die anderen irgendwie rauskicken. Und das ist eine schöne Kombi. Das ist aber wirklich, wo du jetzt gerade saßt, ist so Comedy, Dessert für eine Leiche. Weißt du, also wo man weiß, ja Anke, ich liebe dich sehr, aber einer wird heute sterben und man weiß nicht wer. Also diese Stimme, das hat mir sehr gut gefallen. Weil wir miteinander auch so waren. Wir sind Tiere, aber wir lieben uns. Aber wir beißen uns. Und alles war aber echt, alles war echt. Ich möchte euch, ich möchte jetzt aber wirklich euch was zeigen und ich glaube, ich glaube, ich kann euch damit auch jetzt rauskegeln. Diese Höflichkeit untereinander, das kann doch, das geht eigentlich nicht einher mit Konkurrenz. Einfach sagen, ich will den einfach killen. Soll ich dich jetzt zuerst die Treppe runterschubsen oder möchtest du uns erst? Ganz kurz. Ich würde dir gerne in die Fresse schlagen oder willst du zuerst so? Wir waren sehr höflich miteinander. Tasse Kaffee oder gleich auf die Schnauze. Genau, so. Also ich kann, macht auf jeden Fall Bock. Ich kann dir sehr, ich kann das sehr, 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 sehr empfehlen. Und jetzt machst du dich aber sehr klein, Kurt, denn ich habe, du hast auch schauspielerisch schon abgeliefert, funktionieren, Maschine, Maschine. Du hast mit Fritzi gespielt, mit Fritzi Haberland. Ja, toll. Oh ja, das war ein Debütfilm für einen Regiestudent in Köln. Und der hatte mich gefragt, hast du da Bock mitzumachen? Das ist doch eigentlich eine perfekte Geschichte für den Freehug Supreme Teil, oder? Oh ja, das machen wir nur. Oh, okay. Exklusiv, exklusiv. Ja, natürlich. Exklusiv bei Amazon Music. Nein, ihr müsst das auch ablesen. Ja. Nein. Meine Gäste machen sich immer lustig. Wir haben nur einen Merkzettel. Wir haben nur einen Merkzettel. Ich habe einen Monitor, der ist so groß und da steht, das ist toll. Nein. Das macht euch sympathisch. Versuch es mal. Versuch es mal. Du kannst ja jetzt sagen, dass wenn die Menschen, die uns zuhören, mehr hören wollen, dann gibt es das in der Freehugs Deluxe Version auf. Feelings Deluxe, Feelings Deluxe auf Amazon Music. Oder eben. Ich weiß, was ich jetzt gerade denke, dass ihr seid ja jetzt auch bei Amazon Music. Ihr werdet so erfolgreich werden, dass mein Podcast gar keiner mehr hört. Das haben wir uns auch vorgenommen. Durch meinen Auftritt jetzt hier bei euch, bohre ich wirklich in die Titanic, in mein eigenes Schiff, Löcher rein. Wir bevorste uns doch gegenseitig, wir waren doch auch schon bei dir zu Gast. Also bevor wir in diesen Deluxe Teil gehen oder wie immer Details mag, möchte ich mich bei allem den ZuhörerInnen bedanken, die Feelings gehört haben. Ich weiß, in Zukunft werde ich für null Leute das produzieren, für mich selber. Ich gehe in das Studio, nehme auf, gehe nach Hause, drücke auf Play und höre mir das an, weil alle Freehugs hören. Oder eben Freehugs Supreme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017